Was geht, was geht. Hi, ich bin Benni. Meine Bahn ist ausgefallen. Hi, ich bin Lena. Hi, ich bin Eliane. Hi, ich bin Sarah. Und wir sind gerade auf dem Weg in die Stadt und dafür buchen wir uns jetzt einen Ringo. Hi Leute, für Tim und mich geht's heute in die Stadt. Und da ist er noch elektrisch. Ringo ist unser Mann. Ich bin Julian. Ich hab gerade Feierabend gemacht, wie ihr sehen könnt. Man sucht nicht lange nach ihm. Er ist immer zur Stelle. Ja, gefunden. Ich zeig euch mal kurz. So, jetzt müssen wir den nur noch mieten mit der App. Swipe zu der Miete rüber und los geht's. Yay. Oh, Sicherheit. Na, fang. Das ist ein Video. Ach so. Voll geil. Ringo ist gut. Oh mein Gott. Der Ringo ist natürlich perfekt für meinen Alltag. Ende. Hallo. Aufhören. Ringo. Dein neuer Freund auf Kölnstraßen. Kölnstraßen. Vielen Dank.